Jo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Video von mir. Jetzt wird im Anschluss meine erste Double Nuclear in Black Ops 4. Und ja, ich weiß, das war Capture the Flag, das ist Spawn Trappen, aber es ist trotzdem eine Double Nuclear. Plus, die erste Nuclear habe ich eine kleine Streak aufgebaut, ich glaube zu einer 40er Gunstreak oder so 42er Gunstreak. Ich wollte es eigentlich gar nicht hochladen, weil es halt Capture the Flag war und eigentlich auch nur Spawn Trappen. Aber es ist halt meine erste Double Nuclear und deswegen habe ich mir gedacht, lade ich es trotzdem hoch. Ich hoffe, euch gefällt trotzdem das Video und dann würde ich sagen, let's go. Campt die schon wieder, Alter. Links ist er. Er hat unsere Flagge, ich hole sie. Ja, 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 ich hole Bären Flagge. Digga, er ist der beste Spieler der Welt oder was? Alter, er ist unter mir. Ach nee, er geht außenrum, er geht außenrum, passt auf. Scheiße, scheiße, er ist bei mir. Ich habe ihn noch. Oh mein Gott, hinter mir. Hast du am Mundi, Benni? Nein. Ach, ich wollte gerade nicht. Komm, sagst du, nein, ich werde nicht. Oh nein, ist der, was bei mir war. Was soll ich wünscht? Der hier. Ach, danke. Nice, Benni. Rechts ist einer. Okay. Digga, ist er da gelegen oder was? Wo spawnen die jetzt eigentlich immer? Immer da vorne, oder? Ja, oder, oder, K. Nein, nein. Feierst du die Deme mehr als ich Switchblade eigentlich? Exotisch. Ja, ja. Kannst du mir auf Luft holen? Auch stärker. Nein, nein, Floor. Die Downs überall. Ja, einer muss Cut gehen. Also einer muss da Brunnen abaimen, wenn er will. Okay, wir müssen auch einmal die Flagge zurückbringen. Sonst geht die Runde, glaube ich, nicht zu lange. Nein, rechts. Hinter dir Benni, oder? Ja, hinter dir. Ja, drei Leute. Ja, und, alter, er gammelt da. Er gammelt auf dieser... Hinter mir? Nice one shot. Da vorne? Oh nein. Warte, ich komme wieder außen. Okay, einer muss die Flagge nehmen. Wir müssen diesen zurückbringen. Warte, ich nehme die Flagge. Wir haben die feindliche Flagge, wir haben die feindliche Flagge erobert. Wir haben die feindliche Flagge erobert. Wir haben die feindliche Angelegenheit. Schade, komm, komm, komm. Es ist so schade, dass du, dass du nicht dabei warst, wenn du auch wieder so gut gelogen bist. Ich habe keine Muni mehr. Alter, mit der Waffe muss ich jetzt gerade spielen. Ja. Ist das für ein Visier? Nein, nein, nein. Ja, Alter. Äh, wo ist hier ein Paket? Wisst ihr das? Benni, hast du Position? Nein, 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 nein. Kaputt, schraube ich habe Kaputt, schraube ich habe Kaputt, schraube ich nicht, wenn ich rausholen soll. Nein, 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 ohne Streaks. Nur mit Drohne, Kontra. Okay. Ich glaube, ich bin schon gleich Skrupellos. Nice. Chill, chill, du hast 15 Minuten Zeit, ihn klarzumachen. Chill einfach. Jetzt nicht genau, voll doch. Doch, doch, hat er. Er hat 15 Minuten Zeit. Chill einfach. Chill einfach, spawn. Du bist, hau ab. Nein, 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 der Hund. Nein, der Hund. Ich war skrupellos. Ja, da kann man nichts machen gegenüber. Ja, ich habe ihn. Wir brauchen die richtige Map. Ja, ja doch, aber man kann da auch nicht mehr machen. Ich weiß, weil, ja, Frequency wäre es doch noch einfacher. Ja, Frequency. Da schießt du einfach nur. Ich habe nur Graf gelassen, wenn ich. Und ich glaube, Graf ist... Oh, fuck. Ich bin sehr brav, babe. Ich nehme die Flagge. Warte, einer geht, einer geht, einer geht, ähm, einer geht hinten rum. Einer geht hinten rum, Dario, den musst du haben. Oh, fuck, ich muss weg, ich muss weg. Dario oder so ist hinten. Oh, da Flagge. Ich hole ihn. Ich bin auf skrupellos. Ben, ich brauche Muni. Ja, das hat mir kommen. Bullteam, wo ist der? Wo ist der Typ? Er ist unten. Ja, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Abfüllende Ruhe, kommt zurück, blub. Ja, ja, ich bin schon links außen. Ab ihn. Ich chill links außen. Zichtpuls. Ich möchte nicht im Spawn reinlaufen. Ich habe immer noch meinen Helikopter, nur so gesagt. Der Spot hier, wo du gerade warst, ist am besten. Nein, ich habe keine Kills da, habe ich glaube. Na. Ich muss mal weg da. Drohne. Oh mein Gott, genau. Ich kriege gerade keine Kills mehr. Alter, die kommen mir nicht raus. Außen ist einer, den hole ich mir. Bei mir ist Rauch, ich hau ab. Drohne. Nein, ich habe mich in die Kopp eingesetzt. Nein. Ey, bitte geil, ich habe aus Versehen, Rauch. Sorry. Ich bin auf 25er gleich. Nein. Komm, bitte irgendwie runterholen. Bitte. Ja, das Problem ist, bei Streaks gehen die Gegner immer raus. Ich weiß, bitte könnt ihr den jetzt runterholen, weil ich wollte Drohne einsetzen, aber er hat aus Versehen auf Dings gelassen. Ja, nehmt das nächste Mal, er hat keine Streaks mehr. Ja, ja, das habe ich vergessen rauszunehmen. Ich bin auf 23er. Jetzt kommt der Drohne rein. Warte, geht das Spawn raus. Ihr dürftet ihm Spawn rein. Ja, ja. Ja, jetzt gehen die raus. Ja, 25er pro Tag. Eins von nuclear. Bin ich hier. Da ist einer. Hol ihn. Warte, lass mir den, lass mir den Spawn. Lass mir den Spawn. Lass mir den. Hol ihn dir. Er hat nuclear. Passt, nice. Mir fehlt noch, ich habe Kampfhubschrauber. Er flog mir auch auf ganz höhen. Was mache ich gerade? Scheiße, ich habe Contra-Drohne noch ausgehend, aber egal. Erschaffen wir eigentlich nicht. Oh mein Gott. Doch, doch. Wir haben das in zwei Halbzeiten mit zwei Gegnern geschafft. Was denn? Du warst double nuclear oder was? Nein, ich will nicht. Ich brauche den A. Sorry. Ich meine, ich gehe nur mehr als auf Gunstreak. Na, shit. Mann, der Team, was macht er im Spawn schon wieder? Ich brauche den. Sein, Bon. Äh, Ding. K. Nice, Benny. Spawn ist ihn wieder vorn. Hinten. Sehr gut. Noch einer. Ich brauche ihn, ich brauche ihn. Ich habe ihn angeschossen. Nice. Okay. Okay, dann ist sowas. Einer geht, einer ist andere, Alter. So, liegen, Leute. Ich brauche ihn, Leute. Leulich habe ihn mit unserer Flagge. Ja, ich habe ihn wie auch gehaft. Ich bin nicht mal blutrünstig. Nächste Runde. Der kommt kommt zurück. Oder ich gehe jetzt komplett zurück. Das kann ich auch machen. Ich kann komplett zurückzugehen. Ah, die Flagge habe ich. Ich habe ihn gelassen. Ja. Ich glaube, habe ich schon, oder? Das wird nix. Man soll hier einfach mal in die Kopfschmerzen aktivieren. Das wird nix mehr. Ja, ja. Hau raus. Was ist mit Ender King los? Was ist los mit ihm? Was soll er drin? Bleiben wir kassiert? Eh nur. Nein, er geht auf Cap. Na ja, soll er auf Cap gehen? Er kommt eh nix hin. Wie will er denn, wenn vier Gegner dann im Spawn stehen, wie will er dann capen? Da, was will er da machen? Hä, wieso? Man soll da drin bleiben, ist ein Freak hier für uns. Ey, ich brauche den exotischen Kaffler. Ja, ja, bleib drin, bleib drin. Dann bin ich gnadenlos. Gnadenlos. Dann kann ich nix drauf, wenn ich... Ich bin aufs Gruppe los. Dann kann ich nix drauf, direkt mit Galil spielen. Oh, 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 oh. Ich hab ihn angeschafft. Hab ich, ja, nice. Geht ein bisschen zurück. Kommt leider nicht mehr zuerst hin. Da ist er, da. Nein. In Augen kommt der Spekler. Kommt doch. Ich hab ihn. Hab ich, hab ich. Kommt. Genau, ich hab ihn. Kommt, wer hab ich das Wasser? Ja, ich bau noch einen. Bis gerade. Ja, ich hab Waffe. Nice. Es war schade, dass, ähm, wenn ich nachge...